Musik Haben auch Sie in Ihrem Heimatland bereits wertvolle Berufserfahrung gesammelt? Und wollen Sie wissen, welche Ihre Fähigkeiten in Deutschland gefragt sind? Schätzen Sie in nur 5 Minuten anhand von 20 bis 40 Bildern ein, welche berufsrelevanten Erfahrungen Sie bereits mitbringen. Dabei können Sie zwischen Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Polnisch, Russisch, Bulgarisch, Rumänisch, Türkisch, Arabisch und Farsi wählen. Probieren Sie es auf www.meine-berufserfahrung.de und sprechen Sie mit Ihrem Berufsberater. Ein Projekt der Bertelsmann Stiftung. 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 Ein Projekt der Bertelsmann Stiftung.